Da steht der Musiktext auf der Schwäbische Eisenbahn. Gut, dass er da steht, ich könnte mir sonst schlecht merken. Was für eine tolle Aussicht man da hat. Und durch Stationsgebäude von Hals über Kopf. Eieiei, jetzt das ganze nochmal rückwärts. Ich finde sie verträglicher als Raik. Weil Raik hat diese Helix und ich glaube das liegt daran, dass einem da immer wenig schwindelig ist. Bei Raik sind wir immer schlecht. Das war schön. Danke. Und jetzt wird es hässlich. Achtung! So eine geile Tat. Wahnsinn! Das ist für mich der coolste Name, den man an der Bahn geben kann. Gesenktes Sau. So. Jede Kabel 1 Doku immer. Auf der wilden Maus gesenktes Sau. So. 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 Du machst besser die Tente runter, sonst rassierst du die Hecke Auch noch sehr gemütlich, aber spaßig Da lobe ich mir mal Kniebremse Ich habe einen kleinen Raddorf Ich habe einen kleinen Raddorf Waaaaaah Waaaaaah durch diesen langen Zug ist das glaube ich die erste Achterbahn die wenn man vorne sitzt beschleunigt wenn sie hoch fährt und wieder zurück Achtung, so habe ich mir das klar gestellig und gleich Abfahrt ja 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 Jetzt gehts gleich in den Tunnel! Achtung! Ich bin sehr 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 gespannt auf die Bahn! Hey wie luftig man da drin sitzt! Das ist ja Wahnsinn! Eieiei! Okay! Achtung! 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 Achtung!